Bei der Teilung der Hinterlassenschaft Iver Gieslings des Jüngeren auf Sundbö im Jahr 1306 kamen seine Besitztümer in Siel an die Tochter Ragenfried und ihren Gatten Lavrans Björgolfsson. Diese hatten vorher auf Lavrans Hof Skog in Vollo nahe bei Oslo gewohnt, jetzt aber zogen sie auf den Jörundhof oben im Gutbranstal. Das ist der Beginn, ja, von was, ne? Eines Nobelpreis gekrönten Romans, Christine Lavransdotter von Sigrid Unset. Und darum soll es heute mal ein bisschen gehen. Das wahre Gute Schöne, der Podcast mit Markus Gretz. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Wahnguten Schönen. Ich zeige es euch mal kurz für die, die das hier sehen, dass um diesen Roman handelt es sich hier. Das sind also zwei Bände. Ein riesiges... Hoppla. Mikrofon hängen geblieben. Ein riesiges Opus. Das ist ja immer ein bisschen blöd, jetzt hier mit Zahlen darum zu operieren. Und trotzdem einfach mal, um die Größenordnung zu illustrieren. Das sind zweimal 600 oder so Seiten irgendwie. Und für diesen Roman hat die Autorin desselben, Sigrid Unset, 1928 den Literaturnobelpreis bekommen. Als zweite Frau überhaupt in der Geschichte des Literaturnobelpreises nach Selma Lagerlöf. Und dann auch gleich wieder eine nordische Autorin. Allerdings im Unterschied zu Selma Lagerlöf war Sigrid Unset, Norwegerin. Es ist jetzt äußerst schwer natürlich, irgendwie so einen Riesenroman in so eine Podcast-Folge da reinzupacken oder irgendwas darüber Sinnvolles zu sagen. Also das Sinnvollste, was man darüber sagen kann, ist wahrscheinlich, lese das Ding. Ich erzähle vielleicht ein bisschen was über meine eigene Leseerfahrung oder so. Vielleicht überträgt sich da noch am allermeisten. Bevor wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen auf die Biografie schauen von Sigrid Unset, von der ich annehme, dass ihr sie so wenig kennt, wie ich sie gekannt habe. Was ungeheuerlich ist. Es ist eine Literaturnobelpreisträgerin immerhin gewesen. Und dann eben auch noch ein bisschen mal reinlesen, um so ein bisschen den Geschmack zu bekommen. Ja, es gibt hier bei mir um die Ecke so eine Bücherkiste, wie es die ja jetzt öfter mal gibt, was ich eine unglaublich tolle Einrichtung finde. Also so ein offener Bücherschrank und eine offene Bücherkiste, wie auch immer, in welcher Spielart und eine offene Bücher-Telefonzelle gibt es ja manchmal auch, wo Menschen Bücher, die sie gelesen haben, nicht mehr brauchen, wo denen sie wissen, die lese ich nicht nochmal oder die sind irgendeinem, keine Ahnung, nachlassigen Gefinden von der Oma oder so und da reinstellen in diese Bücherkiste. Und jeder kann sich da bedienen und kann seinerseits jetzt wieder Bücher da hintragen, von denen er selber glaubt. Ich lese die nicht mehr. Es ist aber kein Müll. Für den Müll ist es so schade. Es gibt vielleicht Menschen, die mögen das noch lesen oder, ja, das ist ein ganz schöner Gestus auch vom, ja, es hat im Grunde was, im Grunde ein Geschenkgestus, ja, man schenkt sich gegenseitig was. Das ist wirklich total schön. Und ich gehe da eben gerne mal vorbei und gucke, was ist da so drin. Meistens sind Sachen drin, die ich jetzt nicht so lese. Und manchmal sind eben auch so die Perlen drin. Und ja, anders kann man es nicht sagen. Und ich gehe da eben eines Tages hin und dann nehme sich diese Bände da. Und Z, steht drauf, ist das der Name oder was? Christine Loverans Tochter, nie von gehört. Ja, nie von gehört. Und das ist ja nun auch das Wunderbare bei so einer Geschichte. Du kannst da hingehen und dann liest du da rein. Und dann bist du vielleicht noch nicht ganz entschieden. Dann lese ich da eben diesen ersten Satz, wie ich ihn gerade vorgelesen habe, der Teilung. Und das fand ich schon irgendwie, irgendwas hat mich daran angesprochen. Gleichzeitig dachte ich aber auch, was ist denn das? So eine historische Klamotte jetzt. Also wer erbt da jetzt von wem was und wie muss ich das jetzt wissen? Also man ist so ein bisschen unentschieden. Will ich mal das jetzt wirklich jetzt lesen oder so? Und dann nimmt man es halt mal mit. Man geht kein Risiko ein. Das ist ja dann eben leicht möglich. Und liest dann weiter und liest sich fest. Also dieses Ding hat mich wirklich komplett umgehauen. Ich wusste überhaupt nicht mehr ganz oft beim Lesen, wo mir der Sinn steht. Es war ein, wie man so modern sagt, ein Page-Turner. Also man kann es wirklich nicht anders sagen. Von einer Dichte, Tiefe, psychologisch sagt man dann gerne dazu, ja, der Figuren. Aber das ist es, das ist nur ein Teil. Das Psychologische ist nur ein Teil. Das ist das ganz Interessante. Ich habe das auch schon bei Selma Lagerlöf, glaube ich, mal anklingen lassen. Wie es auch bei Astrid Lindgren der Fall ist. Und ich tippe mal drauf. Es ist jetzt so aus der Hüfte geschossen. Aber es könnte was dran sein, dass die nordischen Autoren und Autorinnen, ich kenne wenige nordische Autoren tatsächlich. Von Hamzun habe ich mal was gelesen. Hunger oder so. Aber ja, also ich kenne im Grunde hauptsächlich Autorinnen. Die haben es irgendwie drauf. Erstens haben die es total drauf. Also die haben es unglaublich gut drauf, Geschichten zu erzählen. Ich habe, Klammer auf, ja zu Selma Lagerlöf was gemacht. Also im Grunde zu kleinformatigeren Sachen, biografischen Sachen eher, die auf Moabaka spielen. Und habe eben aber seither noch einiges andere gelesen. Die ganze Löwen-Shirtlet-Trilogie kann man sagen. Und lese jetzt gerade Jerusalem. Dieses Erzählen können. Also es ist wirklich unglaublich. Es ist eine Fähigkeit zu erzählen in einem wirklichen Erzählton, wo mir da eine Erzählerfigur entgegentritt und mir eine Geschichte erzählt. Und das ganz virtuos und gleichzeitig völlig locker wirkend. Also das ist natürlich die hohe Kunst, wenn es unaufwendig klingt. Wenn es so klingt, als säst mal abends in der Stube zusammen und sie erzählt einfach. Großes Phänomen. Und dieses Erzählen können, das haben die nordischen Autorinnen drauf, behaupte ich jetzt mal. Irgendwas ist da. Da gibt es vielleicht eine Tradition, eine bestimmte. Ich weiß es nicht. Und das ist hier genauso. Also es wickelt einen hinein in diese Geschichte, die ja eben 14. Jahrhundert spielt, was ja nicht gerade um die Ecke ist. Und außerdem dann noch in Norwegen, wo es einen kulturellen Unterschied durchaus gibt zu uns heute. Und dennoch, also das Besondere nun dabei ist, es ist keine historische Klamotte eben. Auch wenn es historisch spielt und wenn der historische Hintergrund die Folie abgibt für das, was da erzählt wird. Aber in Wirklichkeit geht es vor allen Dingen um die Frau. Es ist die Geschichte einer Frau. Auch das ist natürlich super klasse. Die Geschichte einer Frau im 14. Jahrhundert, die ihren völlig eigenen Kopf hat. Das ist eben diese namen, titelgebende Christine Lavrans Tochter oder Dotter, wie das auf Norwegisch dann heißt. Die auf einem Hof aufhund, einem Gut eben. Das ist die Tochter von diesem Lavran. Das ist die norwegische Form von Lorenz. Und das ist also irgendwie sehr traditionell alles und so weiter. Und ja, was soll man sagen? Also ohne, dass man jetzt irgendwas spoilern will oder so. Eine Frau von unglaublich großer Eigenständigkeit, von unglaublich großem Eigenwillen, Eigensinn. Auf der Suche nach Liebe auch. Diese in der Ehe nur teils verwirklicht findet. Dann gibt es entsprechende Männerfiguren dazu, die ganz, ganz schillernd sind, äußerst schillernd sind. Und von denen sie dann einen heiratet und der andere wirbt um sie. Aber ganz oft ist es so, dass Situationen so sind, dass man sich denkt, doch na, keine Leute, was macht ihr da? Warum tut ihr das? Das ist doch nicht logisch, was ihr da tut. Oder sie versprechen einander Liebe und Treue und so weiter. Dann schaffen sie es nicht. Und man sitzt da als Leser und denkt sich, das gibt es doch nicht. Jetzt macht doch mal. Und warum fällt die jetzt wieder um? Und warum hängt sie sich jetzt doch wieder dem an den Hals und so? Aber gleichzeitig weiß man im tiefsten Herzen, auf dem Boden der Seele, dass es stimmt, dass es genau so ist, dass Menschen so sind. Und vor allen Dingen, dass diese Menschen, die einem da vorgeführt werden, dass die genau so sind, in all ihrer Rätselhaftigkeit und Gebrochenheit. Und man kapiert nicht warum und weiß trotzdem, dass es so sein muss. Das ist wirklich unglaublich. Ganz, ganz, ganz unglaublich. Und dann ist es natürlich eine archaische Welt irgendwie, die mal eingeführt wird, in der Religion eine ganz bestimmte Rolle noch spielt, wo natürlich so altnordische, altnordisches Gedankengut, ja, im Grunde gemühtes, sowas gemüthaftes, altnordisches, nordisches irgendwie da so reinragt noch. Aber gleichzeitig haben wir natürlich das Christentum schon da, der Katholizismus in dem Fall, der auch biografisch für sich und uns wird, kleine Randbemerkung, eine große Rolle spielt. Die ist dann irgendwann nämlich konvertiert. Eigentlich sind die skandinavischen Länder heute ja protestantisch. Also der Katholizismus spielt da eine große Rolle. Die Kirche kommt auch immer wieder vor, so. Und dieses, ein Geflecht wird da aufgespannt, ja, worin diese Frau, diese Christine Lammerhandsdochter eben sich da bewegt und das ganze Leben wird erzählt. Es wird ihr komplettes Leben erzählt, von Anfang bis Ende. Ja, also wirklich bis Ende und in den Tod hinein. Habe ich damit jetzt was gespoilert? Nee, ich glaube noch nicht. Also, das kann man ja sagen. Das wird das ganze Leben erzählt einfach, ja. Das Archaische, was da drin steht, kommt auch darin zum Ausdruck, dass, ja, in der Art und Weise, wie Menschen denken und verhalten, ich habe es ja schon angedeutet, ja, das ist alles sehr, wie soll man sagen, kompakt. Es hat eine unglaubliche Dichtigkeit, eine wahnsinnige Substantialität. Es ist fast stofflich im Grunde. Und wie die denken und handeln und so weiter. Und man sieht alles und bekommt alles mit. Und dann ist gleichzeitig immer wieder Gewalt. Immer wieder Gewalt im Spiele. Also, was äußerst alltäglich ist, Gewalt und plötzliche Tode. Grausame Tode auch. Krankheiten, die dann einem aufgingen, die man halt überhaupt nichts machen kann und die dann irgendwie die Leute dahin raffen. Oder der Tod im Kampf und so weiter, ja. Und es ist vollkommen plausibel. Ganz, ganz klar. Das gehört zu dieser Welt. Also, es ist ein unglaubliches Weltpanorama, was die Autorin aufspannt. Mit dieser Figur da drin, der Christine Lamanns Tochter, die großartig ist, die man als Leser bewundert, liebt und dann auch wieder hasst, weil sie Dinge tut, von denen man sich denkt. Das darf nicht wahr sein. Das kannst du nicht machen. Und man liebt sie trotzdem. Und man kommt wieder zurück. Man versteht halt alles so wahnsinnig gut. Sogar das, was man nicht versteht. Also, ich fange an, mir zu widersprechen. Ihr merkt es. Ja, also, man muss es lesen. Es hilft nichts. Es führt kein Ding dran vorbei. Dieses Literaturpreis gekrönte Werk, wann war es denn? 1928, glaube ich. Hat sie dafür eine Literaturnobelfase gekriegt. Muss man lesen. Also, das ist keine Frage, sollte man, könnte man. Nein, man muss es lesen. Das ist ein Befehl. Gewissermaßen, ja. Ja, ich kann mich nicht mehr einkriegen. Die Autorin, schauen wir mal kurz auf die Biografie. Ihr könnt ja alles nachlesen. Ist ja klar, ja. Nur einfach vielleicht, so eine Ahnung. 1882 geboren. 1949 gestorben. Geboren als älteste Tochter eines norwegischen Archäologen und einer Frau aus einer Juristenfamilie, einer Dänin. Deswegen ist er auch in Dänemark geboren, aber die ziehen dann nach Norwegen. Ihr Vater ist eben Archäologe, arbeitet an der Universität, leidet allerdings offenbar an der Spätform von Syphilis, an der er stirbt, als Sigrid Unset elf Jahre alt ist. Und das Verhältnis zum Vater ist wohl ein sehr enges und inniges gewesen. Überhaupt von beiden Eltern zu ihrer ältesten Tochter, die ihr viel vermittelt haben von Kultur, sie zu Musik und zu Malen angehalten haben. Und Sigrid Unset wollte dann auch Malerin werden, als sie noch Kind war. Ihr Vater als Archäologe nimmt sie dann oft irgendwie ins Museum mit und sie lernt viel über auch die Geschichte der skandinavischen Länder, die ja in Schweden-Norwegen spielt, Dänemark, Schweden-Norwegen, das ist ja über lange Jahrhunderte eine gemeinsame Geschichte, das ist ja alles Dänisches Reich im Grunde genommen. Lernt auch Altnordisch, die altnordische Sprache kennen. Und das ist im Grunde, da merkt man natürlich, dass auch das Interesse herkommt für die Geschichte dieser Länder. Der Vater stirbt also und es gibt dann noch Geschwister, ich weiß jetzt gerade gar nicht wie viele, mindestens eine Schwester hat sie, aber ich glaube es sind noch mehr. Und dadurch kommt die Familie natürlich ein enorm wirtschaftliches Bedrängnis. Und Sigrid Unset, das ist bemerkenswert, entschließt sich dann mit 17, die Schule zu verlassen, um Geld zu verdienen und die Familie zu unterstützen. Und sie sagt dann später auch, das ist eine freie Entscheidung gewesen, das zu tun. Sie hätte es nicht tun müssen, die Schule verlassen, weil das Schulgeld ihr sogar erlassen wird, worden wäre oder wurde. Aber sie sagt dann eben, nein, es muss jemand Geld verdienen. Und sie arbeitet dann bei der AEG in Norwegen, da gibt es einen norwegischen Ableger. Das macht sie zehn Jahre lang, obwohl sie die Stellung hasst. Und ich mag, und dann haben wir wieder genau dieses. Tagsüber arbeiten, Geld verdienen, nachts lesen und schreiben. Zehn Jahre lang hältst du sowas durch. Und dann kommt ihr erst in Sachen raus, die sind erst schon historisch tingiert, und dann wird ihr vom Verlag gesagt, nee, soll was Moderneres schreiben und so weiter. Und dann fängt sie tatsächlich was Moderneres an. Und das ist ein Roman an, mit dem sie tatsächlich ihren Durchbruch vorbereitet, kann man sagen. Der Roman Frau Martha Uli von 1907. Ein, äh, das ist so gläubig. Wir befinden uns, ne, 1907 wohlgemerkt. Man schreibt eigentlich, das Literarische, Modernes ist jetzt so naturalistisch zu schreiben und so weiter. Und sie macht es gewissermaßen. Wenn die Leute nichts Historisches wollen, dann schreibt sie jetzt was total Naturalistisches im Grunde. Ein Roman. Die Frau ist die zentrale Figur, der Name sagt es ja schon, und der Roman fängt an mit dem Satz, ich habe meinen Mann betrogen. Das ist natürlich klasse, ja. Das ist ein Aufschlag. Das ist eine Ansage, ja. Und so weiter. Und dann schreibt sie, und langsam werden die Menschen auch auf sie aufmerksam. Ja, und sie heiratet auch dann einen bereits geschiedenen Maler, bekommt drei Kinder zwischen 1913 und 19. Die Ehe scheitert aber dann 20, und sie ist mit ihren Kindern aber dann eben zusammen in Lillehammer, wo sie lebt und wo sie dann später auch stirbt. Ja, und dann kommen diese ganzen Riesen, dann kommen diese Bretter da raus. Also die Christine Loverns-Dochter kommt raus. Es gibt noch einen weiteren historischen Roman, dessen Namen ich gerade mal nachschlagen muss. Olaf Audunson, der ist dann vierbändig sogar, ja, und so weiter. Der auch mit vorhistorischem Hintergrund spielt. Und dann ist vielleicht eben biografisch noch ganz interessant, dass sie zum Katholizismus konvertiert. im Jahr 1924. Das ist relativ bemerkenswert, und sie war zu dem Zeitpunkt auch schon eine bekannte Persönlichkeit, und das hat dann doch irgendwie relativ viel Furore gemacht, dass sie diesen Schritt da gegangen ist. Dann kommt die deutsche Besetzung, Norwegen, 1940. Sie flieht, kommt schließlich in den USA an, bleibt da bis Kriegsende. Ihr ältester Sohn fällt im Krieg. Eine ihrer Töchter ist auch bereits gestorben. Ähm, also, ja, also im Grunde ist sie selber dann in archaische Zeiten wieder reingeraten, wenn man so will. Dann kommt sie zurück nach Kriegsende, ähm, und stirbt eben dann vier Jahre später, 49, mit 77 Jahren. Ja. Allein wenn man das so hört, ähm, geht so geht es mir jedenfalls, kriegt man so ein bisschen einen Eindruck, ein Gefühl von, ähm, so eine Gestalt wie Christiane Lammensdochter, das ist natürlich auch irgendwie, ja, so eine Sigrid Unset-Figur, oder wie soll man sagen, ich verstehe, was ich meine, es ist ja nichts Biografisches natürlich, so ein Roman, ja, und dennoch, ja, das ist irgendwie, es hat einen ähnlichen Gestus, sagen wir mal so, ja, irgendwie einen ähnlichen Bogen, ja, ähm, ähm, ja, und auch bei, äh, Christiane Lammensdochter und auch bei dem anderen, den ich genannt habe, äh, Olaf von Audunson, spielt tatsächlich die Religion, und auch gerade namentlich der Katholizismus, eine bestimmende Rolle, der, also das, wie soll ich sagen, das hat irgendwas, ähm, lösendes, ähm, lösendes, ähm, oder kathartisches, irgendwie, äh, und das ist natürlich eben auch ein biografischer Gestus, ähm, aus Sigrid, Sigrid Unsetz, Leben. Tja, jetzt schauen wir mal noch ein paar, gucken wir mal, hören wir uns mal ein bisschen was an, springen ein bisschen von der ersten Seite auf die, äh, auf die dritte hier, ähm, das geht relativ schnell, das, was ich angefangen habe, es werden so ein bisschen die Herkunftsverhältnisse erläutert, und so weiter, und dann ist man schon bei Christin, Lavransdochter. Als Christin sieben Jahre alt war, geschah es einmal, dass sie ihren Vater auf die Alm begleiten sollte. Es war ein schöner Morgen im vorgerückten Sommer. Christin stand in der oberen Stube des Vorratshauses, wo sie jetzt zur Sommerzeit schliefen, sie sah die Sonne draußen scheinen, und hörte ihren Vater und die Männer unten auf dem Hofplatz sprechen. Da freute sie sich so, dass sie nicht stillstehen konnte, während die Mutter sie anzog, sondern zwischen jedem Kleidungsstück, das hier übergestreift wurde, umherhüpfte und in die Höhe sprang. Sie war noch nie oben in den Bergen gewesen, sondern nur über den Gebirgseinschnitt nach Vorge gekommen, wenn sie zum Besuch bei den Verwandten ihrer Mutter auf Sundbüh mitgedürft hatte, oder war mit der Mutter und mit dem Gesinde vom Hof in die zunächst liegenden Wälder gegangen, wenn sie hinausgingen und die Bären pflückten, die Ragenfried ihrem Dünnbier zusetzte. Ragenfried bereitete auch ein saures Gemisch von Preiselbeeren und Moosbeeren, das sie während der langen Fasten statt der Butter zum Brot aßen. Sie ist da sieben Jahre altes Mädel, siebenjähriges Mädchen. Die Mutter wickelte Christins langes, blondes Haar auf und band es in die alte blaue Haube ein, küßte dann die Tochter auf die Wange und Christine sprang zu ihrem Vater hinunter. Lavrans saß bereits im Sattel, erhob sie hinter sich aufs Pferd, wo er sein Umhang wie ein Kissen auf der Kuppe des Pferdes zurechtgelegt hatte. Dort sollte Christine Rittling sitzen und sich an seinem Gürtel festhalten. Dann riefen sie der Mutterliebe wohl zu, doch diese kam mit Christins Umhang vom Altar heruntergelaufen, gab ihn Lavrans und bat ihn, des Kindes wohl zu achten. Die Sonne schien, aber es hatte in der Nacht stark geregnet und die Bäche sprühten und sangen von allen Höhen herab und die Nebelfetzen trieben an den Berghängen entlang. Doch über den Kämmen stiegen weiße Gutwetterwolken in die blaue Luft empor und Lavrans und seine Männer redeten davon, dass es heute wohl einen heißen Tag geben würde, wenn die Sonne höher stiege. Lavrans hatte vier Leute mit und obwohl ihrer so viele waren und sie nicht weit reiten wollten, waren sie alle gut bewaffnet, denn um diese Zeit umtrieben sich immer allerlei sonderbare Menschen in den Bergen herum, dankleich nicht zu erwarten war, dass sie solchen begegnen würden. Christine hatte alle diese Männer ihres Vaters gern. Drei von ihnen waren ältere Männer, aber der vierte, Arne Gürzund von Finsbrecken, war ein halberwachsener Knabe und Christins bester Freund. Er ritt Lavrans und ihr am Nächsten, denn er war es, der ihr von allem erzählen mußte, was ihnen unterwegs begegnete. Es ist wunderbar. Es ist herrlich. Das ist der Klang skandinavischen Erzählens. Fabelhaft. Der immer so zugleich drinnen und draußen ist, der in den Figuren drin ist, aber auch draußen ist und mit großer Leichtigkeit über alles hinstreicht, alles schön, alle Linien zeichnet, denn dieses Gemälde, das ist wunderbar. Springen wir mal ein bisschen. Es kommt nämlich dann zu einer interessanten Begegnung. Also das geht da so dahin, die ist dann eben da auf der Alm und so weiter. So. Und dann schläft sie irgendwie ein und dann passiert folgendes. Als sie, Christian, wieder zu sich kam, lag sie warm und dunkel im Arm ihres Vaters. Er hatte seinen Umhang um sie gelegt. Christian setzte sich auf, wischte sich den Schweiß vom Gesicht und nahm die Haube ab, damit die Luft ihr feuchtes Haar trocknen konnte. Es mußte schon spät am Tage sein, denn der Sonnenschein war ganz gelb und die Schatten hatten sich gestreckt und fielen nun gegen Südosten. Es rührte sich kein Wind mehr und Mücken und Fliegen summten und surrten um die Schare der schlafenden Menschen. Christian saß mucksmäuschenstill, kratzte ihre von Mücken zerstochenen Hände und blickte um sich. Die Felskuppe über ihnen schimmerte weiß von Mosen und gelb von Flechten im Sonnenbrand und der aufgerichtete Haufen von windgebrochenen Stämmen hob sich wie das Knochengerippe irgendeines seltsamen Tieres gegen den Himmel ab. Ihr wurde allmählich ängstlich zumute. Es war so sonderbar, alle die Leute in dem hellen und klaren Tageslicht schlafen zu sehen. Geschah es daheim, daß sie nachts erwachte, lag sie warm und sicher im Bett, die Mutter an der einen Seite und das Webstück, das über die Balkenwand gespannt war, an der anderen. Dann wußte sie das Rauchloch und Türe gegen Nacht und Wetter draußen verschlossen waren und die Laute der Schlafenden von Menschen kamen, die sicher und warm zwischen Fellen und Kissen lagen. Aber alle diese Körper hier, die verrenkt und verdreht auf dem Hang rings um den kleinen weißen und schwarzen Aschenhaufen lagen, glichen Toten. Einige lagen auf dem Bauch und einige auf dem Rücken mit hochgezogenen Knien und die Töne, die sie ausstießen, erschreckten Christin. Der Vater schnarchte schwer, wenn er aber half dann atmete, pfiff und winselte es in seiner Nase und Arne lag auf der Seite, das Gesicht im Arm versteckt und das glänzende hellbraune Haare auf dem Heidekraut ausgebreitet. Er lag so still, dass Christin fürchtete, er sei tot. Sie mußte sich vorbeugen und ihn anrühren. Da drehte er sich im Schlaf ein wenig um. Christin mußte plötzlich denken, ob sie vielleicht einen ganzen Tag und eine ganze Nacht hindurch geschlafen habe und dass sie in einem neuen Tag erwacht sei. Da erschrak sie so, dass sie den Vater rüttelte, aber der grunzte nur und schlief weiter. Christin selbst war der Kopf noch schwer, sie wagte jedoch nicht, sich wieder zum Schlafen zu legen. Da kroch sie zum Feuer hin und stocherte mit einem Ast darin herum. Es glühte noch ein wenig. Sie zog Beerenkraut und kleine Äste an sich heran und legte sie auf das Feuer, aber sie wagte nicht, über den Ring der Schlafenden hinaus zu gehen, um große Äste zu suchen. Da donnerte es und dröhnte es im Boden ganz nahe. Christin sank das Herz und ihr wurde kalt vor Angst. Dann sah sie einen roten Körper zwischen den Bäumen und Gulfswein brach zwischen dem Zwergbirken hindurch, stand da und blickte sie mit seinen klaren, hellen Augen an. Das ist ein Pferd. Sie wurde so froh, sprang auf und lief zu dem Hengste hin. Dort war das braune Pferd, auf dem Arne geritten war und auch das Saumpferd. Und da fühlte sie sich so geborgen und sicher. Sie klopfte allen drei in die Flanken, aber Gulfswein senkte den Kopf, so dass sie hinaufreichen und ihm die Backen streicheln, ihn an seinem gelb-weißen Schopf ziehen konnte und er schnupperte mit seinem weichen Maul in ihren Händen. Die Pferde grasen den Birkenhang hinunter und Christine ging mit ihnen, denn sie glaubte, dass es keine Gefahr habe, wenn sie sich nur in der Nähe von Gulfswein hielte. Er war früher schon das Bärenherr geworden und die Blaubeeren standen ihr überall so dicht und das Kind war so durstig und hatte einen schlechten Geschmack im Mund. Nach Bier gelüstete sie es nicht mehr, aber die süßen, saftigen Beeren waren so gut wie Wein. Weiter entfernt auf einem Geröllfeld sah sie auch Himbeeren. Da packte sie Gulfswein bei der Mähne und bat ihn schön mit dorthin zu kommen. Der Hengst folgte geduldig dem kleinen Mädchen und wie sie weiter und weiter den Hang hinuntergingen, folgte er, wie sie ihn rief. Die beiden anderen Pferde gingen Gulfswein nach. Wir springen kurz. Ringsumher wuchsen Unmengen jener feinen hellroten Blumenbüschel, die Balrian genannt werden. Sie waren viel röter und schöner hier an dem Gebirgsbach als daheim längs dem Flusse. Da pflückte Christin die Blumen und band sie mit Grashalmen zusammen, bis sie sich den schönsten, buschigen, hellroten Kranz gemacht hatte. Sie drückte in sich aufs Haar und lief zu der stillen Stelle im Bach, um zu sehen, wie sich das ausnahm. Jetzt, da sie geschmückt war wie ein erwachsenes Mädchen, das zum Tanz gehen will. Sie neigte sich über das Wasser und sah ihr eigenes dunkles Bild vom Grunde aufsteigen und immer klarer werden, je mehr sie sich ihm entgegen beugte. Da sah sie im Spiegel des Baches, daß ein Mensch zwischen den Birken auf der anderen Seite stand und sich ihr zuneigte. Rasch richtete sie sich auf die Knie und blickte hinüber. Erst schien es ihr nur, es seien die Felswand und die Bäume, die sich am Fuße der Wand zusammen drängten. Plötzlich aber wurde sie ein Gesicht zwischen dem Laub gewahr. Da drüben stand eine Frau mit weißem Antlitz, krausem, flachsgelbem Haar. Die großen, hellgrauen Augen und die gespannten, blassroten Nasenflügel erinnerten an die Gulswains. Sie war in etwas glänzendes, laubgrünes gekleidet und Zweige und Äste verbargen sie bis an die volle Brust hinauf, die mit Spangen und blanken Ketten dicht behängt war. Christine starrte die Erscheinung an. Da hob die Frau eine Hand und zeigte ihr einen Kranz aus goldenen Blumen. Sie winkte damit. Hinter sich hörte Christine Gulswain laut unterschrocken wieren. Sie wandte den Kopf, der Hengst bäumte sich auf, schrie, dass es wiederhallte, warf sich herum und setzte den Hang hinauf, dass die Erde dröhnte. Die anderen Pferde folgten, sie sprangen mitten durch das Geröllfeld hinauf und die Steine prasselten donnernd hinunter und Zweige und Wurzeln krachten und wurden geknickt. Da schrie Christine gellend auf. Vater, schrie sie, Vater, sie sprang auf, lief dem Pferden nach und wagte nicht über die Schulter zurückzublicken, kletterte im Geröllfeld bergauf, trat auf den Saum ihres Kleides und glitt ein Stück zurück, kletterte wieder hinauf und griff mit blutenden Händen zu, kroch auf Wunden aufgeschlagenen Knien, schrie zwischen ihrem Ruf nach dem Vater, nach Gulswain, während der Schweiß ihrem ganzen Körper ausbrach, ihr wie Wasser in die Augen ran und das Herz hämmerte, als wollte es sich am Brustkorb Wundsch laden. Ein Schluchzen der Angst beengte ihr die Kehle, oh Vater, Vater, da hörte sie irgendwo über sich seine Stimme. Sie sah ihn in großen Sätzen über das Geröllfeld, das helle, sonnenweiße Geröllfeld, herabkommen. Zwergbirken und Espen standen still am Hang und ihre Blätter glänzten mit kleinen Silberblitzen. Der Berghang war so still und so hell, doch der Vater kam heruntergesprungen und rief ihren Namen und Christine brach zusammen und begriff, dass sie geborgen war. Sankta Maria! Lavrans kniete neben der Tochter und zog sie an sich. Er war bleich und hatte einen seltsamen Zug um den Mund, der Christine noch mehr erschreckte. Es war, als erkenne sie erst jetzt in seinem Gesicht, in welch großer Gefahr sie gewesen war. Kind, Kind! Er nahm ihre blutigen Hände, sah sie an, sah den Kranz auf ihrem Haar und berührte ihn. Was ist das? Wie bist du hierher gekommen, kleine Christin? Ich ging mit Gulswein mit Schlucht zu sie, dicht an ihn gedrückt. Mir wurde Angst, weil die alle schliefen, aber dann kam Gulswein und dann stand jemand am Fluß unten und winkte mir. Wer winkte? War es ein Mann? Nein, es war eine Frau. Sie winkte mit einem Kranz aus Gold. Ich glaube, es war ein Zwergenmädchen, Vater. Jesus Christus, sagte Lavrans leise und schlug über sie beide das Kreuz. Er half ihr beim hinaufsteigen, bis sie an eine Grashalde kamen. Da hob er sie auf und trug sie. Sie hing an seinem Halse und weinte laut, konnte nicht aufhören, soviel er sie auch beruhigte. Bald trafen sie auf die Männer und auf Isrit. Die schlug die Hände zusammen, als sie hörte, was geschehen war. Ja, das ist freilich das Elfenmädchen gewesen. Sie hat dieses schöne Kind in den Berg locken wollen. Das könnt ihr glauben. Schweig, gebot ihr Lavrans. Wir hätten hier im Walde nicht so reden dürfen, wie wir redeten. Man weiß nicht, wer unter den Steinen sitzen und jedes Wort hören kann. Tja. Was sagt man dazu, gell? Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist nordisch, ja. Das Elfenmädchen, da hocken irgendwelche unter den Steinen und hören zu. Das ist ein ganz interessantes Motiv. Es taucht später nicht mehr auf, interessanterweise. Aber es waltet natürlich, irgendwas waltet jetzt über dieser Christin. Es ist kein Fluch, aber es ist eine Lockung, der sie mal ausgesetzt war, gewissermaßen. Ein Kind, ein siebenjähriges Kind, die da irgendwie so im Raume steht und über diesem Leben steht oder sich über dieses Leben so wölbt. Und das ist natürlich äußerst, jetzt mal vom Aufbau her, äußerst faszinierend gemacht. So eine Biografie, die durch so viele Wechselfälle auch durchgeht und so gebrochen ist, auch wie die von Christine Lambrans Sochter, die wir dann kennenlernen eben auf der Reise durch das Buch, die unter so unter so ein Motto oder so ein Leitbild zu stellen. Die Lockungen durch das Elfenmädchen in den Wald, der sie, wenn man weiß, genau die Frage, die da eben so steht, die sich alle da stellen, der Vater, was wäre passiert, wenn ich nicht rechtzeitig gekommen wäre. Was, ne, so, ähm, ja, das, das ist, ähm, wie Prägemal gewissermaßen auf diese Christine Lambrans doch da drauf geprägt und auch das Verhältnis zu ihrem Vater wird durch alle möglichen Verwerfungen gehen, weil der Vater mit vielen Dingen nicht einverstanden sein wird, die sie unternimmt und so was. Und jetzt mache ich einen Punkt. Ihr müsst es lesen. Ne, gibt's kein Vertun. Lest dieses Buch. Ähm, ich müsste im Grunde auch mal noch anderes lesen von Sybil Unset. Ich habe tatsächlich nur dieses bisher geschafft. Ähm, ja. Punkt. Hehehehe. Freut euch auf was Wunderbares. Ich sage mal noch die Übersetzung, vielleicht kommt es auch immer so ein bisschen auf die Übersetzung an. Die hat mich total begeistert. Ähm, übersetzt von, hm, jetzt weiß ich die Vornamen nicht, J. Sandmeier und S. Angermann. Ah, schau an, Vertrieb nur in der Deutschen Demokratischen Republik. Schau an, das sind irgendwelche DDR-Übersetzer oder Übersetzerinnen. Das ist übrigens auch noch so kurze Randbemerkungen noch, ähm, Selma Lagerlöw und so weiter. ist, und ich vermute stark auch Sigrid Unset, zumal, ja, ist von, ähm, fast durchgehend von Frauen übersetzt worden. Äh, und das ist alles großartig. also, das ist, da ist, ähm, da ist echt ein Zauber drin, ja, den vermutlich dann auch nur Frauen wieder einfangen können, wenn sie es übersetzen, also, ja, na, gut, also jetzt, in diesem Sinne, na, ich bedanke, äh, ich bedanke mich bei euch, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, wie ich, ähm, und die, die es nicht tun, ähm, die erinnere ich dran, sie könnten es tun, wenn sie wollen, aber sie müssen natürlich auch nicht, ja. Ähm, und, äh, im Übrigen, danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020